Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Harvest Moon. Schauen wir mal wieder auf unser Geld, wie immer morgens. Wir haben 3410 und damit etwas Verlust, wie ich ja auch schon angekündigt hatte. Gut, schauen wir erstmal. Ich wusste, dass die Steckrüben... Oh, die Kartoffeln sind am gleichen Tag reif. Das heißt, heute werden wir wohl nicht sammeln gehen können. Wir müssen ja auch noch unser Huhn dann füttern. Das wird wohl nicht reichen. Vor allem bei Regen kann man die Zeit nicht so gut sehen wie bei Sonnenschein, finde ich. Dass die ganze Zeit dunkel ist. Jetzt ist es wohl 9 Uhr morgens geworden. Bis das erste Mal heller wird. Das eine Graster scheint wieder reif zu sein. Gut, dass ich im Voraus die Samen gekauft habe. Aber damit machen wir eine ganze Menge Kohle. Ich hoffe dann mal, dass morgen schönes Wetter ist. Dann gehe ich nämlich die Weintrauben in die Stadt bringen und kriege das Doppelte für sie. Also morgen werde ich jetzt im Harvesthof natürlich am Sonntag den fahrenden Händler. Den habe ich bis jetzt ganz schön abgestraft. Wieso bin ich jetzt nicht bei dem gewesen? Sollte eigentlich heute 20. sein, stimmt's? Jawohl, der 20. Frühling. Das heißt, wir haben bald das Blumenfest. Das erste Fest, das wir an Harvesthof feiern werden. Dann können wir auch mit den Mädchen unserer Wahl tanzen. Ich würde mal sagen, wir leben dann Eva, da wir eh schon angefangen haben, hier Punkte zu sammeln. Sonntags ist übrigens die Kneipe geschlossen. Samstags könnte man hingehen, soweit ich weiß. Ich glaube, wir können doch noch einmal in die Berge und Weintrauben holen, denn wir haben noch nicht gefuttert. Und danach gehen wir noch zum Huhn. Wenn wir das nämlich nicht fügt haben, dann ist es gleich drei Tage eingeschnappt und gibt uns keine Eier. Gestern waren wir da, oder? Ja, wir können noch mal in die Berge. Also einmal wird jetzt wohl reichen. Die sind alle verschwunden. Ich frag mich ja manchmal auf die Zimmer, wenn da wirklich alle in diesem winzigen Haus sind. Ich meine, Stockbetten haben sie schon. Übrigens, bei jedem der Mädels, sobald man drei Herzen hat, wird eine bestimmte Zehner ausgelöst. Fünf Herzen reichen, dass man sie heiraten darf. Wenn man aber den Antrag macht, das man übrigens mit einer blauen Feder macht. Das ist irgendwie so Harvest-Nun. Das ist sozusagen der Verlobungsantrag und Harvest-Nun, eine blaue Feder zu überreichen. Ähm, wenn man das macht, bevor sie sechs Herzen haben, wollen sie immer eine Woche Bedenkzeit haben. Aber in der Regel ist dann überhaupt kein Problem und nach der Woche Bedenkzeit sagen sie, yo, heiraten wir. Aber ich glaub, Eva ist eine derjenigen, die keine Bedenkzeit wünschen manchmal. Dann geht's dann gleich zur Hochzeit. Aber wir müssen erst mal unser Haus ausbauen und dann die blaue Feder kaufen. Die taucht nämlich auch erst auf, wenn das Mädchen genug hat. Ähm, kommt drauf an. Vielleicht am Ende dieser Aufnahmesession... Ne, diese Aufnahmesession wird sie ja nicht klappen. Keine Zeit. Oder Offscreen werde ich einfach mal einen Tag spielen und mich um Eva kümmern. Dann gucken wir, wie wir das machen. Oder wir machen das alles live. Weil teilweise möchte ich auch zeigen, wie ihre Dialoge sich ändern. Aber gerade gibt's keinen Sinn, das zu machen, weil's regnet. So, dann holen wir mal Kartoffeln und Steckrübensamen. Kartoffelsamen und die Steckrüben. Die Steckrüben sollten dann das nächste Mal, fünf Tage Wochen, glaub ich... Am Donnerstag sollten die reif sein. Das heißt, wir können problemlos einkaufen gehen. Die Kartoffeln da brauchen wahrscheinlich noch bis morgen oder übermorgen. Wenn die morgen reif sind, können wir erst am Montag einkaufen. Uhu, 1800. Mal kurz zählen. 3.410. Wenn wir 1800 bekommen, haben wir 4.400. Okay, das wird locker über 5.000. Achja, wir müssen ja das Dämliche machen und jetzt nochmal gießen. Weil im Regen... Sehen zählt ja nicht, als nass werden. Das ist so dämlich. Übrigens, in Harvestmund 64 kommt dieses komische Phänomen vor. Dass es manchmal gesagt wird, am Festtag regnet's. Allerdings regnet's dann überhaupt nicht. Aber trotzdem sind deine Felder nass. Und deine Tiere unzufrieden. Weil das Spiel macht wohl Sonnenschein für den Festtag, aber die Mechanik sagt immer noch, dass Regen ist. Zu Harvestmund 64 kommen wir auch noch. Aber ich will erst mal dieses Spiel zeigen. Ich hab mir jetzt auch einiges vorgenommen. Ich hab nicht gedacht, dass das so schön klappt. War ich beim Huhn? Ich bin mir grad echt unsicher. Ich geh lieber mal gucken. Ich glaub nämlich irgendwie, dass ich das vergessen hab. Ne, da war ich. Okay. Hab euch nix gesagt. Stimmt. Ansonsten hätt's nicht glatt sein können, oder? Ich weiß nicht. Wegen den ganzen Pflanzen. Ja. Das gilt. So. Das eine Grasfeld wächst schon wieder. Aber hier dauert jetzt wieder eine Weile, bis wir's mähen können. Man kann übrigens bis in den Herbst Gras mähen, aber nur bis in den Sommer sehen. Das ist später auch verbessert. Da kann man dann auch im Herbst noch Gras sehen. Das gibt ja auch mehr Sinn. Okay, dann schnappen wir uns mal den Hammer und tun wieder ein paar Steine klopfen. Ich glaub das Gewitter hier ist vorbei. Dass das im letzten Part so heftig war. Hier wollen jetzt noch ein paar Steinchen klopfen gehen. Viele dürfen es nicht mehr sein. Okay, hier unten ist doch noch eine ganze Menge. Aber erstmal hier oben. Genau. Weil die Großen, wie gesagt, die lasse ich da, bis wir den Superhammer unsereigen nennen. Aber so weit werd ich's wahrscheinlich eh nicht spielen. Es sei denn, ihr wollt das. Dann kommt da halt jede Woche ein Fahrzonespiel Harvest Moon. Ich kann aber halt nicht mehr als ein pro Woche versprechen. Ich hab ja auch noch die anderen Projekte und die möchte ich auch machen. Und, oh da ist ja noch einmal Holz. Wow, da unten haben wir was vergessen. Jede Menge Holz. Das heißt morgens wieder jakst. Ähm, okay. Was ich sagen wollte, können halt nur einmal die Woche versprechen. Ich hab auch noch die anderen Projekte. Ich hab einen Job und alles. Deswegen kann ich hausen eigentlich. Ich nehm das einmal im Monat so ein paar Parts auf. Okay, wir sind fertig. Und tu dann halt einmal die Woche ein. Hochladen. So. Hier ist auch noch sausau viel Unkraut. Okay, hier gibt's noch ne ganze Menge Holz. Hier unten war ich doch gar nicht gewesen. Das heißt, wir holen uns morgen wieder die Axt. Und werden hier noch ein bisschen Holz hacken. Es sind noch vier, fünf Stümpfe. Sieht danach raus. Jawohl, hier unten hab ich sie alle weggehackt. Und zack. Ich hol ihn ja auch noch weg. Ich mein, es wächst die ganze Zeit nach, das Unkraut. Aber dass das uns stört, kann man ja schon mal wegnehmen. Und in diesem Haus mit verschwindet das Unkraut nicht im Winter. Tatsächlich. Ich muss mein Thema Haus trinken. Hier wird langsam kalt. Es wird schön. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, wir können zum Dings gehen. Zum fahrenden Händler und dem die Weintrauben verkaufen. So, wir dürfen jetzt den 1.21 haben. Und wir haben 5.210 G. Das reicht. Das reicht. Und es wird wieder Sonic. Gut. Bald ist auch das fest. Die Kartoffeln sind reif. Das heißt, wir sollten morgen dann auch nochmal Kartoffelsamen kaufen. Und dann ist es kein Problem sein. Alles könnte es... Es ist ja bald das Fest. Und dann kommen die Zimmermänner wahrscheinlich erst später. Das Ei werde ich dann holen. Und mal gucken, dass ich dem Fahrend hinter so viele Weintrauben wie möglich verkaufe. Ich liebe das Gras, wenn es gerade wächst. Das sieht so, so sanft aus. Und danach... Danach sollte ich wieder auf Weiden sparen. Also wieder versuchen das ganze Geld auszugeben für Gras. Damit wir hier ein paar mehr Hühner uns halten können. Vielleicht auch mal die erste Kuh kaufen können. Weil das finde ich jetzt grad wichtiger als die Simulation. Wir können zum Beispiel... Ich meine das Geld zusammen zu bekommen ist nicht so einfach. Aber das Holz können wir uns einfach im Winter zusammen bekommen. Für den zweiten Ausbau. Und außerdem im Sommer kriegt man Kohle wie Heut an Tomaten und Mais. Das dauert zwar ein bisschen. Aber sobald dann da sind Tomaten nach 10 Tagen glaube ich. Und Mais nach 14 Tagen wachsen die alle 3 Tage nach. Und man hat ständig Geld. Solange man nicht so viele Webelstürmer hat, wie ich es einmal hatte. So. Die Weintrauben. Bringen wir zum fahrenden Händler. Übrigens der fahrende Händler, wenn es einen Webelsturm am nächsten Tag gibt, dann kommt der Depp nicht. Der hat mich mal voll zu verzweifeln gebracht. Weil da musste ich eine Woche warten, bis ich einen Antrag machen konnte. Denn der verkauft nämlich diese blaue Feder. Und der ist ja nur einmal die Woche da. So fahrende Händler. Soll ich dir das Geschenk geben? 200 nur? Hm, dachte er er gibt uns das Doppelte. Ähm, er gibt uns nur 50 die mehr. Das ist ja nur ca. ein Drittel mehr. Naja, es gibt immer noch mehr als wenn wir es so machen. In die Sammelbox werfen. So, es wird uns noch möglich sein, ihm einmal welche zu geben. Locker. Und ähm, eventuell sogar nochmal. Weil ich glaube, der geht wirklich erst um 6 da weg. Das heißt, da könnten wir 600g machen. Und wir haben schon mal das Geld gemacht, um die Kartoffelsamen zu kaufen. Das wir sowieso gemacht haben, weil wir Kartoffeln verkauft haben. Und zack. Also wenn es 3 Uhr wird, sobald ich in die Berge gehe, ist es auf jeden Fall zu spät. Das haben wir jetzt festgestellt. Es ist jetzt schon 3 Uhr, okay. Das wird nicht mehr reichen. Das heißt, wir haben dann 400 gemacht. Wie man hier sehen kann. Haben wir jetzt 5610. Morgen werden wir es wahrscheinlich auf die 6000 schaffen. Auf jeden Fall können wir dann unser Haus ausbauen lassen. Jetzt wird aber erstmal gegossen. So war unser Typ schon da. Weil ich bin mir unsicher, ob es schon 5 USA kommt gerade. Und jetzt kriegen wir noch 690. Also ein Feld Kartoffeln waren 690, fast 700. Ja, wir schaffen es locker auf die 6000. Dann haben wir sogar noch 1000 übrig. Das wäre sogar genug für diese blaue Feder, von der ich geredet habe. Aber heute zu Eva zu gehen ergibt nicht viel Sinn. Ich möchte ja gucken, ob wir es nicht noch bis zum Fest schaffen. Aber wahrscheinlich werden wir das in den nächsten Part verschieben müssen. So. Okay. Zack. Der Ton hier noch. Das hier muss noch gegossen werden. Hey, was zum? Ich wollte den da gießen. Okay. Gleich haben wir das. Dann tun wir uns mit der Axt ausrüsten. Und gehen hier los. Die restlichen Stümpfe noch zerhacken. Übrigens in diesem Haus gibt es nicht wirklich viele Feste. Ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet. In den anderen gibt es weitaus mehr Feste. Teilweise gibt es sogar zu viele. Was zum Beispiel in den Geschichten zweier Städte passiert ist, was ich glaube ich erzählt hatte. Da gibt es so viele Feste, das ist schon nicht mehr feierlich. Wie passende Feste und nicht mehr feierlich. Aber hier gibt es ein bisschen wenig. Wir haben ein Fest im Frühling. Keins im Sommer. Zwei im Herbst. Und zwei im Winter. Wobei das eine Fest im Winter ist sozusagen der Valentinstag. Da geht man in die Stadt und die Mädchen, die dich mögen, geben dir Kuchen. Und wenn du verheiratet bist, gib deine Frau dir Kuchen. Und das Zweite ist dann nur so ein Verbring Zeit mit dem Mädchen, das du magst. Und wenn du verheiratet bist, ist es eh am besten zu dem Ort zu gehen, an den deine Frau gegangen ist. Ähm, mal gucken, wo gehen denn die Mädchen hin? Also Maria geht in die Kirche. Äh, ich glaube Nina geht auf die Bergspitze. Eva ist in der Bar. Ellen ist im Marktplatz. Und N, das ist Überraschung, in der heißen Quelle. Auszeichnet das Burschikoseste Mädchen in der Stadt ist in der heißen Quelle. In diesem Fest. Ähm, das ist aber auch so eine Harvestmund-Tradition, dieses Fest. In späteren Harvestmunds, da verbringt man eigentlich immer Zeit mit der Familie. Also entweder mit der eigenen oder mit der von deinem Schwab. Kann man sich dann einladen lassen. Und das Mädchen oder der Junge dich gut mag, ja später kann man auch als Mädchen spielen und mit denen dann das Fest verbringen. Und zack, kriegen wir es noch hin? Wahrscheinlich nicht, jawohl, wie ich es mir dachte. Okay. Ab ins Bett. Und ich würde sagen, wir machen den Part mal ein bisschen früher zu Ende. An diesem Punkt. Damit wir dann einen, äh, besseren Tag morgen anfangen können. So. Oh, ich muss ja auch die Taste drücken. Jetzt üben wir noch Hundi mit. Und gucken, wie morgen das Wetter wird. Wenn es schlecht wird, können die Zimmermänner wahrscheinlich nicht kommen. Nein, es wird sonnig. Sehr, sehr schön. Jawohl. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht einen Daumen nach unten, aber für Verbesserungsschläge bin ich dann sehr offen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.